Alessio Bertaccia, zuerst herzliche Gratulation zum Sieg und zum ersten Hattrich seit den Playoffs 2018. Er hatte ja selbst beim Penalty erhoben. Haben wir sich selber noch in Druck gemacht? Oder haben wir gedacht, der will jetzt einfach? Oder wie ist das gegangen? Nein, eigentlich habe ich nicht so weit gedacht. Ich habe einfach nochmal weiter gespielt und bin schlussendlich auch glücklich, dass er gekommen ist. Genau, viele Goals selber geschossen. Trotzdem hatte ich ein langes Gefühl von nach dem ersten Schritt. Irgendwie kommt es mir nicht so recht rein. Im Vergleich zum letzten Spiel, was hat es gebraucht? Wenn es gerade das zweite Drittel besser gelaufen ist und mehr Zug aufs Gucken hat? Ja, wir mussten sicher mehr Geduld haben. Wir mussten erst ein okay Drittel gemacht. Und dann haben wir sicher zu viele Strafe kassiert. Und das ist uns ein bisschen weh gemacht. Aber die Mannschaft hat super reagiert im zweiten Drittel. Und auch im dritten Drittel haben wir gut gespielt. Danke vielmals. Danke euch.